Ja und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Wir sind kurz vor der großen Schlacht hier da in diesem Tempel und ich habe mich mal ein bisschen vorgeschlichen und ja, da war natürlich Fallen hier drin. Ja, wir werden das jetzt mal aufteilen, wir werden da gekonnt drüber springen. Geil, aber da hat schon die Nächsten fallen. So, einmal so drüber. Und um Fähigkeiten, super. Bloß nicht auslösen, ne. Ah, blutrote Entlüftung. Da vorne steht jemand. Okay, du kommst mir auch mal bitte näher. Ähm, wo war's? Hier, springen. Nicht genügend Platz? Ernst jetzt? Dann da halt. Gut, Brüder, geh mal ein bisschen weiter. Ist doch die nächste Falle hier. Warte mal. Ist das? Das ist unser Diener. Ja, okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. So, hier nochmal drüber. So, danach kommen wir einmal mit. Dankeschön. Springen. Hierhin. Ja, das ist das Nächste. Und da hinten sind auch wieder Platten. Okay, nachdem es mein Diener ist, glaube ich, muss ich mir nicht verstecken. Sagt der und wird angegriffen. Ich probier's mal. Ja. Gut, er tut mir nichts. Nur eine gute Sache. Okay. Okay. Ja, du bitte auch noch einmal springen. Ja, hab ich auch gesehen. Gut. Dann. Guten Tag. Oh, Master, Master, Master. You have come home to your royal dwelling. But why did you exert yourself so getting here? I was waiting to open the door. Was? Lady Orrin told me not to let you in. But I'd never listen to the pretender to your fetid throne. Äh. Ja, warum muss ich mir den einfach reingelassen? I would have told you so, but didn't dream of interrupting when you were enjoying yourself so. Alla, du kleines Biest. I should the holifant's wormy drunk. Was a particularly refined deed. Äh. Ja, aufmachen. A thousand succubi could give me no greater delight. There's a puddle of blood on the floor as you walk in. Careful. Don't slip. Okay. Und so, alle wieder mit. Danke für's nicht reinlaufen. Moment. Tun die mir was? Ne, ich komm mit dem. Ach, jetzt tut die mir nix, oder was? Oh. Oh. Ich glaube. Ich hab den Platz vom Showdown gefunden. Ja, Tränke vielleicht? Nein, natürlich nicht. Was läuft hier? Der liegt. Fail, ja. Ähm. Das sieht so aus, als ich dann Stress dann hier von oben krieg. Die steht da unten. Ähm. Ich glaube, ich speichere nochmal. Just in case. Ich hab so eine Vermutung, dass ich es beim ersten Mal nicht schaffe. Und da ist er. Gut. Möge die Party beginnen. Oh, Gale. Your savior approaches, scuttling in without the tyrant's rock. You are a mangled bloodbrain, thinking father could be refused. Did you think it could protect? Did you think it could save? Only the blades can offer salvation. Ähm. Du mein, hier hab gottisch mir los, abgeschlossene Einschüchter. Hm, 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 hm. Überzeugen. Eins bis sechs Einschüchter. Dann. Hm. Ich probier's mal. Ach du Scheiße, 25. Ein Punkt. Ein Punkt. Das probier ich nochmal. Kritischer Erfolg. Okay. Yes, yes. Give me agony. Pluck me bone from socket. Stroke me with a jagged edge until my skin shreds wet and red. You still don't remember, do you still don't remember, do you, blood kin? How you screamed as my knife slit your skull? Your brain juices, sticky and sweet. A little hole big enough for the worm. Your body, your body, your body, a blood sack to feed it, the favorite of Baal turned meat puppet, strung up by the sinews and plucked by my hands. This is the truth you had forgotten. This is the truth you had forgotten. You were the favorite, the chosen. Orin was your subordinate. You led the cultists of Baal and orchestrated the absolute plot. It was your genius, your cruelty, your design. At your moment of greatest triumph, when all the pieces were in place, she betrayed you, infected you, and took your place. Husk, maggot, a Baal swan, slip, sliding in filth with these pigs. You don't deserve the murder lord's blessing. So was all. Oh, ähm. Oh, let's see. In schlechter rufen. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Okay. A moment, right. Okay, ich bin auf mich allein gestellt. Was machen wir denn jetzt? Ah, Blutbord. Wir gehen zu Bluten und heilen wir den Ausstrahl im Blut, dann konntiere ich dir die Wunden. Ah, das klingt doch gut. Nice. Erfacher Angriff. Ui, der ist zwirbelt aber ganz schön. Anspringen. Ne, ich will Gail eigentlich nicht treffen. Ich will nur sie treffen. Shit. Lungen. Ah, sonst kann ich nix machen. Gut. Was zum... Oh, das mit dem Heilen bitte gleich nochmal. Das mit dem Springen nochmal. Scheiße. Aber die Mistenfeuer eigentlich auch nicht. Oh. Master, you are the Chosen One. He is near, he comes for you. Um... Master, you are the Chosen One. 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 Ich komme, um dir deine Inheritance zu geben. Ich habe ein Geschenk für dich, Kind. Du wirst es benutzen, um diese Welt zu lacerieren. Ein Geschenk von deinem Gott, deinem Vater. Eine Offenung für dich. Eine Konfirmation, dass er dich hat. Ja, da mache ich jetzt mit. Du wirst du ein Testament in Blut. Geh, Kind von Baal. Erweig den Krone von Karsus. Erweig den Absoluten. Erweig die Horde, um diese Welt zu verbrechen. Und in mein Name. Der Krone träumt mit Vier. Warme wie Bother's hate. Warte, was du mit dieser Sache machst. Alter, das ist jetzt grad episch Und was genau ist jetzt das Geschenk? Gullhand, schlag natürlich in Clowns und Leme, das zieht möglicherweise Was ist das? Mann, das war da schlechter Wort der Macht tot Nehmen wir ihn, gehen wir ihn, höchstens 100 drinnen dazu, sofort zu sterben Kann nur einmal eingesetzt werden Ach, du Scheiße Ach, du Scheiße Krass Holy Shit Jetzt hab ich ne Waffe gegen Gotas Geil, ist bewusstlos Ähm Geil Ähm Klettern, verwenden Los knacken Oh, 25, war ja klar 13, war nix Ähm, nochmal Na ja, komm, einmal noch Okay Das war wohl nix Naja, was mach ich jetzt mit Geil? Wie kann ich dich wecken? Hab ich da irgendwas dabei? Mh Mh Die Vergangenheit, Heil und der Drang, keine Zustände, blind, verstummt, gelähmt Das ist aber bewusstlos Oder kommt er mit ins Lager? Kann mit ihm, ich kann einfach gar nichts mit ihm machen Hm Ich weiß nicht, ob es ne gute Idee ist, wenn ich da jetzt weggehe Naja, von Untersuchentaschen Ähm, hast du vielleicht irgendwas dabei? Mundenhallen, wirklich auf Untote Geht das? Nee Hm Ich glaube, ich kann hier gerade nix machen Gut Hör mir durch Falsche Person eigentlich, aber Ja, ja Gut Was haben wir hier schon rühren? Oh 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 Okay Was ist Ach, das Hirn, ne? Ja Lol Oh, das ist ne Holz zu rühren Hier natürlich Aufheben wir unsere Waren Öffnen, verschlossen Schloss knacken Ihr wisst Ja, komm Bitte diesmal Alter, das kann's doch nicht sein Einmal noch Oh, endlich Und, was haben wir drin? Ich erschleim, ja, sehr gut Wo seid's? Ja Hm, ne Gut Sonst noch was? Hm, ne Was ist eigentlich mit dem Dolch, den ich da gekriegt hab? Was kann der eigentlich? Wo ist der überhaupt? Ist das der hier? Eglosmacher Waffen zur Zauberung Ne Sortieren Nach Neueste Ach da Blutdurst Verbessert kritische Treffer Du benötigst Für einen kritischen Treffer Bei einem Angriff So Ein Auge weniger Dieser Effekt kann sich addieren Sieht sich erschlagen Nur Haupthand Schwäche ausnutzen Gern du Die mit dieser Waffe getroffen werden Sind verwundbar Durch Stichschaden Nur Zweithand Ah Nur Zweithand Kann ich Nee Bist du Zweihändig Viesseitig Nee Warum kann ich das dann nicht Du bist Zweihändig Bist nur Viesseitig Hm Ich lass das mal Okay Dann Okay Okay Lagervorräte Oh Bist du Bezüglich Lagervorräte Ich müsste mal Mein Inventar Dann mal So umenden Dass ich nicht mehr So viel Zeugs Bei mir hab Okay Schnellreise Hier raus Ist nicht Da unten Ist zu Ja Okay Ich starte halt Da passiert irgendwie Was Großes Ach nö Da ist das jetzt wieder Was passiert eigentlich Wenn ich das Auslöse Ich durche mal ganz kurz Speichern Das war's Das war's Instabiles Blut Ich weiß jetzt nicht Was genau hier die Falle ist Einfach nur Blut Okay Dann raus hier Wo will ich denn hin Unter Stadtruinen Wir könnten Warte mal Baldurs Tor Gehen wir mal nach oben Gut Ach wir sind hier Okay Machen wir das mal schnell Mit dem Inventar Alles was ich jetzt Gerade nicht so brauche Mit der Verkleinerung Die ganzen Waffen Schwertes Imperators Machen wir alles mal Ich bin hier rüber Alter Ich bin einfach so voll Weil die ganzen anderen Tragen nix hier Ah was aber das Leichenschleifer Warte mal 5 bis 8 So ein Schallschaden Nö Das bleibt Oh Tanke können wir auch mal wechseln So Alles hier mal rüber Das ist auch noch nicht so viel Ich sollte die Sachen Echt mal verschärbeln Nö 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 Die Nesersteine Den behalte ich erst mal Sonst kommt nur jemand Auf die Idee Und will mir das wegnehmen Niklusmacher Den behalte ich noch Und der Schärfe Das mache ich auch nicht Ah Kriegst du noch das hier Immer mit dem Jo Machen wir ein paar Das hier noch Oh Gedankenwesen Das haben wir noch Ölflasche Ah Behalte ich mich auch noch Rüber hier Auch nicht Ansonsten Nein das machen wir auch nicht Ich denke mal 141 Sollt es so weit Dann mal passen Dass wir uns dann auch Wieder verwandeln können Oh Das fette Teil Kann man auch wegschmeißen 125 Ja ich danke Das passt jetzt erstmal Okay Äh Von hier aus War das Das war die Taverne Südlicher Teil Wo war das Das war das eine Tor Wir hatten doch da Südlicher Teil Da bin Du bist bereits In dieser Warte wagen Nein Wo war denn Dieser Oder war das Würmfels Ich weiter wagen Ja Orientierung Das dürfte jetzt aber Falsch gewesen sein Weil jetzt müssen wir hier Laden Oh man Na Oh Ist doch wichtig Oder Warte mal Aber die haben hier Mal ganz kurz gucken Zu Ansurs Host Im Würmweg Ach stimmt Da war ja noch was In Gotas Wohin Sneserstein Stelle fürs Gotas Äh Der große Eingang Moment mal War das nicht auf der anderen Seite Warum ist das alles hier Nochmal speichern Das glaube ich war ja das Gefängnis Hier unten Das Gefängnis Zu Ansurs Host Das mit dem Drachen Soll ich das mit dem Drachen machen Als Verbündeten Andererseits Habe ich jetzt da was mächtiges Und zwar das mit dem Tod Aber wo ist das Hier geht es nicht weiter Hier geht es auch nicht weiter Warum sind beide Marker Da Ach warte mal Weil das Gebäude ja hier drüber geht Also wir müssen dann schon hier rein Hätte ich jetzt mal gedacht Aber die Endzahalle Und dann nach oben Okay 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 Ja. Ähm. Ey, mal ganz kurz schauen. Ich muss nach oben. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich glaube, es ist jetzt eh schon zu spät. Hm. Interesting. Wo ist Gotash selber? Ich traue mich gerade mit den Leuten nicht zu reden. Oh. Jetzt nach oben. War das jetzt zu hoch? Das war zu hoch. Nur mal. Hm. Da ist eine Leiter. Die. Ja, es ist hier unten. Und in diese Doppeltür darf ich nicht rein. Muss das machen. Hahaha. Warum? Ich klinge mal ganz kurz. Okay. Das geht schon mal nicht. Komm ich auch nicht durch. Hä? Wo ist denn Gotash jetzt? Ich glaube, ich schreibe doch mal. Schreibe doch mal. Schwer auf der Hand. Ähm. Ich denke, ich scheiße. Ich hoffe. Und dann. Ich bin. Ein hart. Es braucht einen klaren Weg zu seinem großartigen Zukunft. Wir haben die Probleme mit St. Premble entfernt. Wir haben ihn nicht ohne Orens-Netherstone in Hand. Wir werden den gleichen Ende treffen. Mhm. Muss er doch da reingehen. Hä? Aber... Hä? Wollen Sie mich verarschen? Aber... Hä? Also... Das... Ringgold, das ist nach oben. Warum? Oder muss ich da... Nee, das macht halt einfach gar keinen Sinn. Äh... Da ist auch noch was. Nee, doch nicht. Oder da? Nee, ich komm noch nicht durch. Äh, das versteh ich jetzt irgendwie nicht. Ich mein... Warum... Hä? Sag doch bloß, das ist jetzt schon wieder... Verstecken wird ja auch nicht laufen, oder? Ich kann jetzt wenigstens reinschauen. Aber das ist nicht hier. Oder doch? Nee, okay, komm. Wir nehmen jetzt mal den Gang. Ich schaue jetzt oben weiter. Ich finde das gerade ein bisschen verwirrt. Hier geht's ja... Nächste Woche. Danke. Wie teubt. Aha. Wann ich mich jetzt wieder bewegen? Danke. Hä? Hallo? Betäubungsfalle. Okay. Wollen wir mal, wenn der random hier oben ist. Ich glaube... Hier ist eine Konsul-Checkbox. Was ist es noch nicht? Oh Gott, ach du Scheiße, der hat... 192 Leben. Hm? Ah. A familiar face and a fondly remembered one indeed. How have you been, Carla? Very. Very. Hot. You're agitated. I'd keep an eye on that. My Steel Watch are sensitive to anything they perceive as a threat. Very clever. Fabricating people to do your fighting for you. Mhm Ist ein Punkt, ich glaub gegen die kommen mir nicht an Das erste Das ist ein Punkt. Und das war's. Wollen wir mal kurz gucken. 65. 144. Ein Äscherer. Ja. 192. Jetzt nochmal kurz gucken. Oder soll ich's versuchen anzugreifen? Weil hier bringe eine Gelle mit höchstens 100 Trefferpunkt dazu, sofort zu sterben, kann er einmal eingesetzt werden. Stets vorbereitet. Ich müsste mich... Ich frag mich halt, ob die ganze Stahlwache dann halt hier reinkommt. Was ist denn das Schlimmste, was du so kannst? Schutz, Todeschutz, beschütze den Katu vor dem Tod, wenn er das nächste Mal durch... Schutzgeister, Fluch. Was tut am meisten wie Spielbilder, Gebiet der Heilung, Furcht, Dimensionstür, Flammenschlag... Weißt du was? Nein. Oh, Bromleuchter. Ich würd's unglaublich gern probieren. Mit Tieren sprechen? Nein. Ich verteil mich mal. Hm. Okay. Ich will mal nur schauen, ob ich's hinkriegen würde, ihn da down zu kriegen. Und wenn er down ist, ob dann die Schildwache nichts mehr macht. Mit wem fang ich an? Fang ich mit dir an? Let's go. Yes. Das war nicht so gut. Geil. Wo ist er? Was? Einäscherung aktiv, Einäscherung lädt. Wir müssen da weg. Ähm. Ich muss vor allem auf dich jetzt gehen. Mit 4 bis 32 Schaden. Was macht hier am meisten Schaden? Hm. Ich muss bis alles an den Fällen angefern kommen. Scheiße. Provozieren. Fällen. Flinte. Ach. Nice. Tatentrong. Äh. Rückenblecher. Nee. Scheiße. 119. Ich kann nochmal. Okay. Scheiße. Fehlschlag. Da krieg ich eine gedatcht. Okay. So. Was machen wir hier? Ja. 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 Wieder nochmal. Yes. Äh. Hier hinstellen. Oh, der macht. Tod. Tod. Oh. Okay. Hat das einen Effekt? So. Er die Tür zu machen soll. Oh. 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 Oh, der hilft ihm jetzt? Nee. Okay. Ja, okay. ja ja ich glaube gegen die Stahlwache habe ich keine Chance jo das ist jetzt alles ein bisschen blöd was kann ich da machen strahl der Übelkeit das finde ich eigentlich noch ganz spaßig wo macht es Sinn so vielleicht sonst kann ich nichts mehr machen dann kriege ich eine gedatcht geil ja 30 Leben und tot sind sie ja nicht Blindheit scheiße ja man ja war klar steinhaut Pfeil der Lindo ah warte mal wo war das jetzt das ist schon greifen geschlag nice eigentlich kann ich gerade wieder aufgeben das bringt alles nichts aber nicht fast tot ansonsten schlechter dann natürlich eine Option solltest du nicht nochmal angreifen ja nice so so end of action hmm ja 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 Ja, also ich würde sagen, wir laden wieder. Weil, das gewinne ich nicht. Also gehen wir hier wieder rein. Ah, schön wäre es gewesen. Aber die Stahlwache hat für mich echt ein Problem. Die zwirbelt ganz schön. Und ich dachte eigentlich, die würden uns eventuell nicht mehr angreifen, wenn er tot ist. Oder hätte er vielleicht etwas bei sich gehabt. Ich soll die Stahlwache kontrollieren können. Das wäre noch ein Versuch wert, dass ich ihn nochmal töte und schaue, ob er irgendwas dabei hat, wo die Stahlwache dann auf meiner Seite ist. Bevor ich aber das mache, werde ich mal hier die Tür zu machen. Just in case. Und so. Und... Wir sollten vielleicht nicht da hinten... Aber da gab es doch noch irgendwann eine Falle. Oder? Ja, da Granatenwerfer. Wir stehen da ein bisschen blöd. Okay, liebe Leute. Gebt mal kurz einen Cut. Ich probiere das nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute. Hier sind es jetzt knapp anderthalb Stunden vergangen. Ich habe versucht, hier den Kampf zu gewinnen. Ihn kriege ich schon immer wieder mal runter. Ich glaube, ich habe jetzt viermal versucht, den Kampf. Aber die Stahlwächter zwirbeln einfach zu sehr. Die machen mich immer platt. Dann kommen wir da nicht weiter. Dann müssen wir mit ihm erst mal mitspielen. Ja, und noch dazu kommt dazu, dass dann hier die Fallen sind und Bomben. Die ist doch immer wieder Tropen. Ja, das ist nix. Gut, quatschen wir nochmal mit ihm. Vielleicht gibt es irgendwie später nochmal eine Möglichkeit. screaming bloody murder in the hells, even now. That was the reunion. I trust you demonstrated your particular spark of creative genius. I always preferred your methods to her. You have mastery over your urges. Orin was consumed by her gruesome obsessions. Hm. hmm naja mit orin was never a true alliance a mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master but it cannot be an equal you can be my equal we will raise a black keep in boulder's gate then we will conquer the sword coast and unite all its peoples under our rule but first the brain awakens we must act now faithful come forward was wird es jetzt hand me the nether stones and we will rule as one kill him and take his stone the grand design cannot come to pass hmm hmm yeah i'm here for games hand me the stones or face the black hand of lord bane hmm hmm ja das kann nicht gut sein wenn er alle drei hat ich weiß nicht ähm es ist ja offensichtlich die f... hmm und ich hab ja eh ein save point plus 6 naja Motive erkennen 15 ja immerhin ja und ich bin ja und ich bin ja schon ja 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 dem You've got a backbone, and the makings of a leader. The Dark Lord Baine blesses our alliance. Our time is short. The Elder Brain is held beneath the city. We must go to it if we're to control it. There is a vessel to the Morphic Pool where the Brain feeds. I will wait for you at the pool. With the Netherstones in hand, the Brain can't resist us. We will be absolute, with an infected army in our beck and call. First we take Baldur's Gate, then Faerun. All of Toril will soon follow. A thousand kingdoms at our command. Was hat jetzt wirklich funktioniert? Ich hätte jetzt wirklich gesagt, er greift mich jetzt an, weil er die Dinger haben will. Er steht wirklich zu seinem Deal. Fürs Erste. Okay. Okay. I guess. Jetzt geht's gegen das Hirn. Aber auch wenn wir dann das Hirn besiegt haben. Oder die Frage ist, wie besiegen wir es dann genau? Wie geht's dann weiter? Wie geht's dann mit ihm weiter? Ich will ihn ja trotzdem noch irgendwie loswerden. Es wäre halt... Ach, ich will den Scheiß fallen. Es wäre halt schon irgendwie schön, wenn er mal irgendwo stehen würde, wo die ganzen Wachen hier nicht in der Nähe sind. Aber das kann ich hier zumindest vergessen. Also der Kopf hier oben wird nix. Ah. Schwierig, 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 schwierig. Was sagt denn jetzt der Lock hier? Der hat man noch nicht da gestopfen. Er wartet uns an der Stadt beim Moffischen Tümpel auf uns. Ah. Ja gut. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Episode. Das hat jetzt doch ein bisschen lang gedauert. Also da mit den Kämpfen zum Testen. Wäre irgendwie schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Andererseits... Vielleicht hilft es ja uns, dass er jetzt noch pseudomäßig an unserer Seite ist, wenn wir dann uns dem Gehirn stellen. Schwierig, schwierig hier einzusetzen. Ich bin mal gespannt. Aber wir haben ja das immer noch, dass wir ab 100 HP jemanden sofort fütten lassen können. Weil ja hier das, ja. Hm, und dann Gale. Ob der wieder ins Lager auftaucht. Wir werden davor nochmal einen langen Rest machen. Spannend. Aber ich glaube, allzu lang geht's nicht mehr. Aber bei Baldur's Gate weiß man das nie. Dann kommt doch wieder ein paar Stunden. Ich hoffe... Ah. Meine Stimme. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in Baldur's Gate. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.